Moin Moin und ein herzliches Hallo zu diesem neuen Video, eine neue Bundesliga-Vorschau. Wie schon letzte Woche habe ich es mir überlegt, einfach über den Spieltag zu sprechen. Ich habe jetzt nicht alle Spiele prognostiziert, sondern nur eins tatsächlich, VfL Bochum gegen Borussia Dortmund, findet ihr hier auch auf dem Kanal. Aber ich rede trotzdem immer noch sehr gerne über Fußball und vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen, was ich jetzt über den kommenden Spieltag so zu sagen habe. Wir schauen uns die Spiele einzeln an. Ja, dann blicken wir, wie ist die Tabellenposition, wo kann man sich das vielleicht anschauen, wann läuft das Spiel vor allem und das Vorfreudebarometer habe ich letztes Mal noch ein bisschen spontan mit reingepackt. Und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen auch noch ganz interessant. Fangen wir an mit dem ersten Spiel und das findet heute Abend, Freitag um 20.30 Uhr statt. Die Eröffnung des 15. Spieltags in der Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg. Platz 9 gegen Platz 16. Heimspiel im Stadion der Kölner. Ja, übertragen wird das Ganze auf der Zone und warum habe ich das Vorfreudebarometer ja ungefähr so auf 65 bis 70 Prozent hochgeschraubt? Grundsätzlich, ich finde, der 1. FC Köln ist in dieser Saison tatsächlich recht attraktiv geworden. Die Heimspiele sowieso, auch zuletzt das Spiel gegen Bielefeld war jetzt nicht so richtig der Bringer, aber tatsächlich das gegen Borussia Mönchengladbach, das Derby vor zwei Wochen, das hat mir gut gefallen. Und ja, der FC Augsburg hat zumindest letzte Woche bewiesen, dass auch in ihren Partien gerne mal einige Tore fallen. Deswegen ein bisschen was erhoffe ich mir auf jeden Fall. Dann Freitagabend in Köln ist meiner Meinung nach eigentlich auch eine ganz interessante Voraussetzung. Und ja, Augsburg muss vor allem auch tatsächlich mittlerweile mal wieder was machen. Tabellenplatz 16. Ja, nicht den Anschluss nach oben verlieren. Stehen aktuell eben auf diesem Relegationsplatz. Aber wenn dann einmal Bielefeld gewinnt, dann findet sich der FCA auch schnell wieder auf Platz 17 wieder. Das wollen sie vermeiden. Deswegen, wie gesagt, müssen die Fuggerstädter jetzt auch selber mal wieder abliefern. Und von daher sind das, glaube ich, durchaus interessante Voraussetzungen. Spiel Nummer zwei. Dann sind wir am Samstag. 15.30 Uhr. Erstes Spiel der Konferenz. Freiburg Platz vier gegen Hoffenheim Platz fünf. Ich weiß, es ist kein Derby, aber zumindest ein Nachbarschaftsduell, wenn man so will. Im Europa-Park-Stadion, dem Heimstadion von Freiburg. Das Ganze übertragen auf Sky im Einzelspiel oder in der Konferenz. Und mein Vorfreude-Barometer. Es ist noch etwas abgesenkt, muss ich zugeben. Woran liegt das? Gute Frage eigentlich. Der SC Freiburg nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, mit äußerst breiter Brust. 6 zu 0. Also da war wirklich, das war super begeisternd, sehr stark. Und Hoffenheim beim 3-2 gegen Frankfurt ja eigentlich auch mit einem sehr guten Eindruck. Und Platz vier gegen Platz fünf klingt eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Nur habe ich ein bisschen die Befürchtung, deswegen schraube ich die Vorfreude runter, dass wenn man genau in dem Moment gerade von beiden oder von einer Mannschaft mehr erwartet, dass man dann genau ein relativ uninteressantes Spiel geboten bekommt. Deswegen, das hier ist vielleicht so ein bisschen, ja, Vorsicht in der Vorfreude. Es kann durchaus ein unterhaltsames Spiel werden. Und ja, Ausgang ist sowieso komplett offen. Freiburg will zu Hause auch mal wieder gewinnen. Hoffenheim, ja, bislang noch nicht eingeknickt, obwohl man ja dachte, okay, nach der guten Phase, als sie dann auch mal Leipzig geschlagen haben, ja, irgendwann müssen die auch mal aufhören damit. Aber es läuft aktuell noch ganz gut. Und deswegen, ja, es ist eben auch nicht im unteren Bereich die Vorfreude. Ich lasse mich einfach mal überraschen und bin trotzdem tatsächlich eher positiv. So, Spiel Nummer drei und da schnellt das Vorfreude-Barometer nach oben. Ja, das zweite Spiel am Samstag, Bochum gegen Dortmund. Ja, ich habe es nicht ohne Grund prognostiziert. Ich finde einfach diese Voraussetzung, Bochum als Tabellenzehnter, Underdog im Derby gegen den Zweiten, den BVB, sehr interessant. Und, ja, der VfL Bochum, vor allem durch eine Heimstärke kommen sie richtig zur Geltung aktuell, aber zuletzt eben tatsächlich auch mal auswärts gewonnen. Der BVB, ja, zu Hause ist der BVB sowieso eine Macht. Das wissen wir, haben sie dann unter der Woche gegen Bejig das auch wieder unter Beweis gestellt. Die Niederlage letzte Woche gegen Bayern war doch tatsächlich etwas unglücklich im Endeffekt. Aber auswärts tut sich der BVB dann bei solchen Teams wie dem VfL Bochum, glaube ich, echt schwer. Dann, ja, eben mal gegen Augsburg auswärts, gegen Mainz, gegen Köln. Das sind so Mannschaften, da zähle ich jetzt den VfL Bochum auch ein bisschen mit rein. Es lässt sich natürlich sowieso nicht alles immer eins zu eins übertragen. Aber einfach die Vorzeichen hier deuten doch eigentlich auf eine spannende Partie. Ich erwarte mir aber vom BVB trotzdem, dass sie da ja das Spiel machen werden und hoffentlich auch begeistern können, was dann am Ende bei rauskommt, gegen einen kampfstarken VfL Bochum, aber auch spielerisch durchaus in einzelnen Facetten immer wieder überzeugenden VfL Bochum. Also da erwarte ich mir eigentlich von beiden Mannschaften was. Deswegen ist die Vorfreude auch hoch und eben auch das Revierderby. Ja, eigentlich ist das vor allem Dortmund gegen Schalke. Das ist aktuell nicht möglich und deswegen nehmen wir doch alles, was wir kriegen können. Und ich glaube, Bochum gegen Dortmund, das ist auch, hat es ordentlich in sich. Dann schauen wir auf den Tabellenführer, auch Samstag 15.30 Uhr noch. Bayern gegen Mainz, Platz 1 gegen Platz 17, äh gegen 17, gegen Platz 7. Der erste FSV Mainz 05. Vorfreude, ja, ist nicht übertrieben groß. Der FC Bayern kann immer für Spektakel sorgen. Ansonsten finde ich die Heimspiele von Bayern nicht so richtig interessant. Und Mainz, ja, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass Mainz mal so richtig überraschen konnte in München. Ich bin Anfang diesen Jahres 5-2 verloren in München. Da, ja, haben sie zur Pause 2-0 geführt. Am Ende eben noch heftig kassiert. Das Jahr davor 6-1 verloren. In München, das Jahr davor 6-0. Also, ja, der erste FSV Mainz 05, er war schon mal erfolgreicher beim FC Bayern. Aber, ja, alle fünf, sechs Jahre kann dann auch Mainz vielleicht mal überraschen. Bisschen zugegebenermaßen fehlt mir auch die Fantasie. Zuletzt hat es 2016 geklappt mit Tairos Samperio und Cordoba. Da kann ich mich sogar noch dunkel dran erinnern. Ja, mal gucken. Normalerweise sollte das der FC Bayern gewinnen. Die Tabellenführung festigen. Deswegen, ja, bin ich hier nur leicht über 50%. Aber Mainz ist eben auch nicht so schlecht drauf. Hat Wolfsburg ganz schön an die Wand gespielt. Und deswegen wird das sicherlich auch nicht komplett langweilig. Ja, komplett langweilig könnte das nächste Spiel werden. Hertha gegen Bielefeld. Und das ist gar nicht gegen die Mannschaften gerichtet an sich oder an die Vereine. Aber, ja, ich finde erstmal nominell klingt Hertha gegen Bielefeld nicht so richtig spannend. Es ist immerhin das erste Heimspiel für Typhon Korkut. Das ist zum einen interessant, dass 2-2 gegen den VfB Stuttgart hat gezeigt oder hat zumindest Lust bei der Hertha auf Jovetic gemacht. Da hoffe ich mir dann auch so ein bisschen, dass das was werden könnte. Und Bielefeld ist, ja, Bielefeld ist ganz schön unter Druck. Platz 17, 3 Punkte, Rückstand auf Platz 16. Ja, das hat vor dem 15. Spieltag auch noch nicht die allergrößte Aussagekraft. Aber Bielefeld muss jetzt zumindest langsam mal abliefern. Man kann nicht davon ausgehen, dass das irgendwie spielerisch gut wird oder dass es allgemein sonst irgendwie viel zu bieten hat. Das glaube ich nicht, befürchte ich. Und, ja, deswegen, es ist ganz gut, dass das Spiel in der Konferenz läuft und man sich das nicht einzeln angucken muss. Ich glaube, das wäre tatsächlich dann ein bisschen harte Kost. Dann schauen wir auf das letzte Samstagsspiel um 15.30 Uhr. Leipzig gegen Gladbach. Platz 11 gegen Platz 13. Ja, hätte man nicht so erwartet, dass diese Mannschaften am 15. Spieltag auf diesen Plätzen gegeneinander antreten. RB Leipzig, ja, jetzt mit dem Trainerwechsel. In der Champions League haben sie gewonnen. Sie haben sich für die Europa League qualifiziert. Domenico Tedesco wird der neue Trainer. Wird wahrscheinlich dann Samstag auch schon am Seitenrand stehen. Das finde ich ganz gut. Das finde ich spannend. Ich mag Tedesco an sich so als Typen und, ja, vielleicht haucht der Leipzig mal wieder Spielfreude ein. Denn über Leipzig an sich das Konstrukt, das Projekt kann man sowieso streiten. Wenn sie jetzt noch so schlechten Fußball spielen wie gegen Union Berlin, dann braucht man den Verein eigentlich gar nicht mehr. Von daher hoffe ich, dass Leipzig jetzt wenigstens wieder anfängt, guten Fußball zu spielen. Borussia Mönchengladbach sorgt die Saison so ein bisschen für den WTF-Faktor. Da gewinnt man mal 5-0 gegen die Bayern. Verliert dann 0-6 zu Hause gegen Freiburg. Also das ganz Übliche, was man halt eben so macht, wenn man Borussia Mönchengladbach ist. Also absoluter Wahnsinn. Und ja, Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor die Wundertüte der Liga. Platz 13 ist natürlich arg. Ja, ein, zwei Siege. Und man kann sich wieder ins obere Mittelfeld vor Preschen oder Randpreschen herandrücken. Aber es sind aktuell 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16 und 5 Punkte Rückstand auf Platz 6. Damit will ich nicht andeuten, dass ich irgendwie glaube, Gladbach würde da unten mit reinrutschen. Aber nichtsdestotrotz, Gladbach muss ich jetzt fangen. Das ist vor allem auch für Adi Hütte extrem wichtig. Dementsprechend Vorfreudebarometer durchaus im oberen Bereich. Ich erwarte mir spielerisch vor allem auch einiges. Und ja, deswegen könnte durchaus interessant werden. Schauen wir auf das Samstagabendspiel. Das Topspiel. Ich weiß jetzt nicht, warum ausgerechnet das das Topspiel geworden ist. Das kommt mir in letzter Zeit häufiger etwas spanisch vor. Wolfsburg gegen Stuttgart. Platz 8 gegen Platz 15. Ja, Kohfeldt. Ich will nicht sagen unter Druck, aber muss jetzt langsam auch wieder den Flow finden. Aus der Champions League krachend ausgeschieden jetzt. Dann doch im Endeffekt beim ersten FSV Mainz 05 komplett untergegangen. Nach 6 Minuten 2-0 hinten gelegen. Und ja, ansonsten ganz mies abgeliefert. Der VfB Stuttgart dümpelt ja im unteren Tabellenmittelfeld rum. Manchmal können sie dann doch wieder überraschen. Gewinnen dann auch mal wieder. Ja, gegen die Hertha nach einer 2-0-Führung. Dann gegen den verunsicherten Gegner. Die drei Punkte herzuschenken. Am Ende nur eins zu haben. Der hätte ich mir vom VfB auch ein bisschen mehr erwartet. Hoffen wir mal, dass Silas jetzt langsam wieder reinkommt. Und die Stuttgarter dürften das auch hoffen. Auf dem, ja, ruhen natürlich einige Hoffnungen. Deswegen unter diesen Voraussetzungen muss man den VfB auch immer nochmal betrachten. Und trotzdem, ein bisschen mehr hätte ich mir ja doch erwartet. Und ja, dass das das Topspiel ist, heißt Einzelspiel, kein Parallelspiel, könnte dann im Endeffekt doch eine relativ zähe Angelegenheit werden. Aber vielleicht hat Florian Kohfeldt ja dann, ja, vielleicht zaubert er mal wieder was aus dem Hut. Dann schauen wir auf den Sonntag. Das frühe Spiel Kreuterfürth gegen Union Berlin. Auch da das Vorfreudebarometer nicht gerade in unermessliche Höhe geschnellt. Ja, Kreuterfürth ist halt ohne, also konkurrenzlos, beziehungsweise sie sind keine Konkurrenz, also nicht konkurrenzfähig. So ist es richtig. 18. Platz, dann zu Gast, ein formstarkes Union Berlin. Natürlich muss das Union gewinnen. So ein bisschen der interessante Faktor bei Fürth ist immer, denkt man, okay, jetzt schaffen sie es. Oder schaffen sie es jetzt vielleicht, das allererste Mal zu Hause zu gewinnen. Ja, sie können es auch nicht mehr hören. Und ich glaube, die Fürth-Fans können es sowieso auch nicht mehr hören. Aber ich finde das immer irgendwie ein bisschen, ich finde es immer interessant, mir dann vorzustellen, okay, schaffen sie es jetzt. Schaffen sie es jetzt, schaffen sie es jetzt. Wird meistens dann nichts. Beziehungsweise bislang ist es noch nie was geworden. Ja, von daher kann ich davon ausgehen, dass es jetzt gegen Union was wird. Aber vielleicht werden wir überrascht. Deswegen, ja, meine Vorfreude hält sich aber in Grenzen, weil es eben auch wieder ein Einzelspiel ist. Und dann zu guter Letzt das Sonntagabendspiel Frankfurt gegen Leverkusen. Da ist meine Vorfreude doch wieder etwas höher. Also das Maximum haben wir diese Woche nicht erreicht, aber wir sind auch nicht unter 50 gefallen. Ja, Platz 12 gegen Platz 3. Leverkusen macht momentan Spaß. Macht nach vorne Spaß. Steht hinten auch wieder einigermaßen sattelfest. Ist eigentlich immer für viel Spektakel gut. Und Frankfurt, ja, hat sich gefunden. Wird wahrscheinlich irgendwie sich so im Mittelfeld, wahrscheinlich sogar eher im oberen Mittelfeld einpendeln. Und dann am Ende, ja, eine vernünftige Spielzeit noch unter Oliver Glasner spielen. Schwingt ja auch immer so ein bisschen was mit. Was ist jetzt mit Glasner? Ist er jetzt der Supertrainer? Woran liegt es? Ist die Mannschaft schlecht? Und nicht schlecht, aber ist sie nicht richtig schwach ausgepegelt? Gibt keinen richtigen Stürmer irgendwie? Und ja, von daher, auch da wird es dann wieder spannend zu sehen sein. Wird Frankfurt wieder oben ein bisschen anklopfen? Oder wird Leverkusen, Dortmund und Bayern weiterhin auf die Pelle rücken? Das sind so am Ende die Dinge, die man beobachten muss. Und spielerisch erwarte ich mir eigentlich da durchaus schon was. Das Frankfurt zu Hause auch immer so eine Sache für sich. Und Leverkusen, ob auswärts zu Hause, die überzeugen eigentlich in letzter Zeit fast immer. Gut, das soll es dann damit gewesen sein. Heute mal unter der 20-Minuten-Marke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ja, Prognosen findet ihr auf dem Kanal. Bleibt auf jeden Fall gesund. Alles Gute für euch. Schönes Wochenende. Bis dann, haut rein und adios.